malzart liebe nas freunde könnt ihr euch noch daran erinnern dass ich euch vor ein zwei wochen das dxp 4800 und das dxp 480 t heißt es glaube ich das reine nvmi nas von ugreen vorgestellt habe heute ist es soweit und ich glaube einige werden es auch entweder bestellt haben oder werden es eventuell hier nach bestellen werden oder wollen oder wie auch immer was ich habe auf jeden fall das dxp 6800 pro hier nicht plus pro die namen sind immer ein bisschen sehr komisch das pro mit den 2 x 10 g also eins der vollgas systeme wir werden das wieder folgendes machen ich baue dieses ding mit euch jetzt hier wieder ich habe wieder die top kamera an alles auseinander ihr neben mir liegen so viele schrauben ich bin vorbereitet und wir gehen auch gleich noch mal kurz rein in die software wir gucken uns die hardware wirklich live an machen mal so ein bisschen performance test und so weiter und so weiter aber lasst uns erstmal mit der kiste anfangen ich würde sagen wir fangen oben an beziehungsweise vorne an also ihr habt ihr die ganz normale front ansicht falls man das hier nicht lesen kann das habe ich beim letzten mal schon gesagt auf dunkelgrauen anthrazit schwarze schrift ist ein bisschen schwierig wir haben hier finde ich ein bisschen komisch eine led wo nur lan draufsteht und alle anderen sechs leds sind die disk wäre schon schön gewesen für unsere 2 x 10 g die wir haben zwei laden link leds irgendwie zu haben aber gut sd karte zweimal vollgas thunderbolt gar kein problem usb 32 ihr seht schon vorne da sind dieselben festplatten einschübe wie beim vierer sowie beim achter also ihr könntet rein theoretisch auch platten hin und her schieben denn die einschübe sind dieselben ich hole einfach eins raus ihr seht schon festplatten wieder da drin western digital ja nas festplatten das sind die die von you green sozusagen mir auch wieder zur verfügung gestellt worden sind heißt aber auch für die leute die die frage immer haben kompatibilitäten ganz ehrlich ich habe die kompatibilität matrix noch nicht gesehen die offizielle ich kann nur sagen wenn die die platten verschicken wd red plus bitte sehr verlinke ich euch auch hier unten drin funktionieren hervorragend sind strom sparen sind nas festplatten sind ratten schnell ja leute ich weiß mein handy ist potten dreckig keine frage habe ich nutze es gerade eben einfacher als meine lichtquelle damit ihr zumindest schon mal von vorne das was ihr in der regel sonst sehen wenn ihr mal die platten halt eben alle komplett raus sieht sehen würde wie gesagt wir bauen die kiste jetzt gleich auch noch tuto komplett auseinander dann sehen wir mehr ich drehe jetzt den haufen erst einmal um jetzt ist das ganze auch handelbar ohne festplatten trotzdem würde ich sagen das ganze ding wiegt schon etwas das liegt aber auch einfach daran die komplette hülle ist wieder komplett ein stück und ein stück super verarbeitete qualität ich habe hier an manchen ecken habe ich das ding hier schon fünfmal durch die gegend getragen kann sein dass ihr eine ecken oder manchmal eine kleine ecke seht das war ich durch das ganze fotos machen videos machen kommt von mir die kommen wirklich sauber und perfekt wirklich perfekt eingepackt bei euch an schnelldurchlauf strom netzteil komme ich aber gleich noch zu netzteil geile sache austauschbar wieder denn der versand aussieht wenn es mal wirklich kaputt gehen sollte bei you green keine ahnung weiß ich nicht ich weiß nur eins austauschbar sehen aber gleich wenn wir drin haben die 2 x 10 g 45 usb 20 für was auch immer was und noch mal usb 32 hdmi kriegen wir volles 8k durch und ich glaube der slot hier ja ihr seht schon bei mir sind auch hier die löcher offen um gottes willen leute hier stecken normalerweise gumminopfen drin das ist jetzt nur für mich weil ich hier nicht alles aufschrauben will zurückschrauben will und hier kann man eine ganz normale pci express karte reinschrauben werte und so weiter erleben wir jetzt gleich wenn wir wirklich hingehen und das ding komplett aufschrauben auch hier wieder magnetisch das ganze dieser komische weiß komische ja staubfilter ich finde ihn sehr sehr grobkörnig diesen staubfilter aber nun gut ich würde sagen machen wir mal ein bisschen frei und geben dem kollegen auch mal ein bisschen luft damit ihr auch seht was verbirgt sich dahinter sechs schrauben lösen und dann kriegen wir auch die ansicht auf die rückseite auch da seht ihr jetzt wieder ganz normal alles guckt also wirklich was ich echt immer wieder dazu sagen muss es ist sehr sehr selten dass ich ja normalerweise habe ich so plastikgeschosse hier von alternativen das hier hat nichts im entferntesten nichts mit irgendwelchen plastikgeschossen zu tun nicht wundern dass hier wieder schrauben fehlen ich habe alles nur provisorisch mit ein zwei schrauben wieder festgemacht damit ich nicht alles aufschrauben muss aber auch die lüfter ich muss sagen hier sind andere lüfter drin als im 4800 die hier sind würde ich sagen deutlich leiser oder auf jeden fall leiser als der ich glaube 18 millimeter im 4800 bei denen hier die sind warmnehmbar aber nicht so laut so lüfter losgeschraubt und jetzt wird es ein bisschen tricky man kann den lüfter nämlich hier rechtseitig dann anheben und hier hinten auf der linken seite da ist so ein kleiner führungsschuh der halt eben hier an der seite auch das zeige ich euch gleich wenn ich die kabel kurz raus löse da einfährt schaut hier hier ist nur eine kleine nase eingebracht und hier ist auch so eine kleine ja wie sie sagen so eine kleine stahl nase blech nase die dann wirklich da als führungspunkt reingesetzt wird und dann kommen wir wirklich an das hintere innenleben von der kiste dran ganz wichtig was seht ihr bis zum jetzigen zeitpunkt bis zum jetzigen zeitpunkt habt ihr noch nicht ein einziges mal dieses komische warranty siegel gesehen denn bis zu dem jetzigen zeitpunkt dürfen wir noch an diese kiste scheinbar ran das warranty siegel sehen nämlich jetzt gleich aber gehen wir wieder zurück ich finde es sehr sehr spannend dass nämlich ab jetzt man muss nämlich erst mal drei mal hingucken auch ich musste ich glaube ich habe zehn minuten gebraucht um überhaupt zu sehen wie geht es denn jetzt weiter wir müssen also das habe ich schon noch gesehen hier außen diese vier schrauben lösen also da sind zwei und hier sind zwei schrauben die können wir lösen um das ganze dingen jetzt von innen raus ist ich hole die mal kurz raus so die schrauben sind raus ich habe den deckel schon mal gelöst man kann nämlich jetzt den deckel einfach einfach anheben und das ganze innenleben quasi auf dem tisch stehen lassen das machen wir jetzt auch schwuppdi hupp und ihr seht auch wieder hier schaut mal kurz hier bevor wir darauf gucken es ist wieder ein stück selbst wieder mit mit führungsschienen hier innen drin wo dieses gesamte innenleben durchgeführt wird und ihr seht schon das ganze konstrukte dass das ist keine plastik scheiße das hier hat wirklich einer sich gedanken gemacht aber dazu kommen jetzt gleich gehen wir weiter auf tuchfühlung würde ich sagen also ihr seht schon von hier hinten sieht alles wunderbar aus ich weiß gar nicht ich dreh es mal ein stück beiseite dann könnt ihr auch die perspektive aus dem raum sozusagen er haschen da seht ihr auch hier hinten das sata back end ist aufgesteckt zeige ich euch auch mal ist auf die platte ganz einfach aufgesteckt und geht halt eben in dem fall auch vollgas also die ganz normal mit pci express zweifach was dafür vollkommen ausreichend ist also die sechs platten gehen pci express 3 zweifach das reicht aber auch wirklich vollkommen aus aber jetzt wird es mal spannend wenn wir das ganze einfach mal auf den rücken legen und dann einfach mal schauen was verbirgt sich da ganz ganz wichtig dieses ganze stückchen hier nur das verbirgt sich erwartet ich habe das ding ja hier verbirgt sicher quasi hier so drunter das heißt dieses loch hier ram und eure zwei envis die hier oben einbaut die verbergen sich ja genau hier so dass ihr auch da ganz normal dran kommt also keine sorge ihr müsst dieses ding um ganz normal daran zu kommen gar nicht ausbauen denn hier ganz normal die envis die beiden die ihr einsetzen könnt die zwei also die geht hier lang und die geht hier lang die erreicht ihr auch ohne dieses ganze ausbauen sondern einfach nur den deckelchen losschrauben mit zwei schrauben sache erledigt ram haben wir auch drin wir haben von hause aus 8 gb ddr 5 4800 megahertz drin ich habe sogar den ram hier rausgesucht ich lese ihn gerade ab der ram ist ein samsung ram m42 5 r1 keine ahnung kein ecc da brauchen wir hier auch irgendwie gar nicht trotzdem 8 gb reicht für das betriebssystem da war vollkommen aus ganz ehrlich wer erstmal mehr braucht und nachher docker wie ms und so weiter machen will der kann natürlich easy aufrüsten auch da wieder viele fragen immer nach der performance die zwei beziehungsweise die drei wir entdecken ja hier quasi auch schon die dritte sind angeschlossen ganz normal über pc express 44 lanes also noch mehr vollgas als ihr euch irgendwie nur entferntesten vorstellen könnt also wir haben hier wirklich keine sorge die envis könnten knallgas aber die hängen alle drei an derselben lane dran aber trotzdem selbst zu dritt meine fresse performance bis zum bis zum ende ja gut aber jetzt kommen halt dazu jetzt seht ihr halt eben diese intern verbaute envmi im 6800 pro wie ihr selber seht ist ungefähr hier drunter die schraube sie ist aber gar nicht gerade da drunter sondern ich müsste den schraubendreher jetzt haltet euch fest wenn ich die ausbauen wollen würde es ist so gebaut dass ihr das nicht ausbauen sollt müsste ich den schraubendreher so schräg hier ansetzen in dieses loch da rein um die daraus zu schrauben und selbst mit diesem dünnen schraubendreher geht das nicht ich sag mal so rum ich glaube offiziell hat sich ugreen dazu noch nicht gemeldet aber ihr seht schon hier über diese eine schraube die keine ahnung auf das board irgendwie drin festhält wahrscheinlich muss ich die mit lösen um an die envmi zu kommen ganz ehrlich ich habe gar nicht weiter auseinander gebaut als so weil ab jetzt müsste die nämlich wirklich die kompletten raben hier außen drin und innen drin den festplatten holder komplett abschrauben um dieses metallteil hier loszukriegen um an die schraube von der envmi dran zu kommen für die die sich lesen können wieder drin ist wieder so eine fieson 128 gigabyte envmi was aber auch einfach fürs betriebssystem und ich sage es jetzt mal vorsichtig auch für das betriebssystem was ihr eurer wahl nachher installieren werdet ganz normal reicht das erstmal vollkommen aus denkt immer nur dran wenn wir nur eine haben entweder ihr baut euch ein konzept über mehrere envis oder halt eben ihr macht ein schönes configuration backup eures betriebssystems wenn man da mal ran gehen muss okay dann habe ich euch noch versprochen was auch sehr sehr spannend ist schaut mal hier beim netzteil man sieht es ist relativ dunkel ich hole meine taschenlampe da seht ihr die zwei schrauben wenn ich die zwei schrauben hier raus lösen wenn du jetzt einfach nur ein kleines winkel blech quasi dran schauen wir da ein kleines winkel blech und dieses winkel blech hält einfach nur das netzteil fest wenn man genau hinschaut ich drehe es noch mal um für euch dann sieht man auch dieses netzteil ist wie bei einem server gehäuse einfach nur eingeschoben ich habe jetzt keine ahnung ob das jeden standard netzteil ist man sieht sogar jetzt müsst ihr euch mal richtig festhalten die haben hier hinten sogar auf dem netzteil wie so eine art wie so eine art schildchen drauf sie total ich habe ohne scheiß ich habe erst gedacht dieses netzteil hätte sonn der gibt es auch so weit paper oder so paper displays hätte ich gedacht sieht voll aus wie so ein paper display ist aber keins ich vermute mal trotzdem das wird es mit sicherheit so geil wie das hier aufgebaut ist nachher früher oder später irgendwie im ersatzteillager gehen und jetzt kommen die experten unter euch mit sicherheit werden andere noch alles andere weiter auseinanderbauen aber wenn wir hier mal reinschauen seht ihr auch die ganze cpu einheit bzw das halbe bord oder wird sagen zwei drittel des wortes sind auch noch mal innen drin von einem ganz normalen kühler eingefasst wo drauf ein aktiver kühler auch läuft da seht ihr ja auch hier die stromversorgungskäbelchen der zum cpu kühler ganz normal drauf geht aber ohne scheiß leute wenn ihr daran wollt ihr müsst wirklich dieses ding komplett zerlegen und es ist so stabil das ist echt es ich kann ich weiß gar nicht ich habe ich kenne es eigentlich gar nicht aus diesen videos die ich hier mache mit sonar system dass man so ein stück qualität bekommt gibt es nicht gerade im enterprise markt aber nicht in unserem home user markt und noch lange nicht noch lange nicht für diesen preis aber trotzdem zwei worte zu der cpu ganz ehrlich leute die cpu dann ist eine 12 35 uhr also intel core i5 mit diesen zwölf threads zehn kurs zwölf geld wird zehn kurs ich glaube die vierte 480 t hat er das auch gehabt die kiste hat sozusagen hat erst mal 4400 megahertz mit einem performance core oder zwei performance kurs muss ich dann mal nachgucken sehen wir gleich sowieso wenn wir in die kiste reinschauen super also performance technisch leute braucht ihr euch hier keine sorgen machen wenn ihr irgendwie darüber nachdenken solltet ihr wollt hier wie ms und docker und nach eure festplatten rein hosten und 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 ihr könnt da ja auch zweieinhalb zoll platten reinjagen wenn ihr wollt kein thema ja er macht hat und ganz wichtig da dann dann habt ihr euch natürlich jetzt zuletzt vorenthalten schaut mal hier hier ist vorne sozusagen jetzt der eine pc express sockel um halt eben eine nennen was mir nennt man dann überhaupt ich habe keine ahnung über den small form factor small form factor pci express karte reinzubauen ich selber habe es nicht ausprobiert ich habe von einem anderen youtube kanal vom alex gehört er hat es getestet es war aktuell irgendwie bei ihm im bios deaktiviert noch der port aber ganz ehrlich das wird mit sicherheit aktiviert werden wenn es denn dann soweit ist er hat aktiviert und dann lieber wohl ich habe es aktuell nicht getestet deswegen kann ich euch keine weiteren details zu dem port sagen okay ich werde jetzt erstmal mühselig grob alles wieder zusammenbauen und dann sehen wir uns wieder wenn die kiste hochgefahren ist und wir ganz normal im betriebssystem drin sind hier von der ugreen kiste und dann machen wir mal so ein zwei tests und ich zeige euch auch natürlich den stromverbrauch so grob wieder aufgebaut und hochgefahren ihr seht schon es ist nicht eine einzige festplatte gerade drin warum mache ich das ganze um euch auch einfach mal zu zeigen ja wie hungrig ist denn die kiste wenn sie dann nur da steht und keine einzige festplatte einfach betreibt und ganz ehrlich das da ist die realität 23,8 watt nimmt das ding sich jetzt hier gerade mit nichts angeschlossen keine envy drin keine platte drin und einmal 10 g netzwerk ist angeschlossen sonst nichts die lüfter laufen auf default einstellungen das heißt ich habe nichts im betriebssystem geändert man kann die lüfter auf low glaube ich noch unterstellen aber ich muss auch dazu sagen da drin wenn ich jetzt gerade auch rein höre es läuft auch irgendwie zumindest der lüfter und ich merke auch die lüfter trotzdem da haben wir es 25,3 watt wir können das ding auch einfach mal ein bisschen hoch blasen indem wir jetzt einfach mal sagen ich starte hier man es tun jeder haben wir das ganze jetzt auch mit den entsprechenden kurs und jetzt sagen wir einfach mal stress so das heißt alle cpu schießen jetzt mal nach oben die cpu selber ist ja sowieso eine mit einem u flag also sozusagen diese notebook varianten da reicht die aber auch immer noch vollkommen aus leute ihr habt ihr power und performance bis zum erbrechen ihr seht auch vier gigahertz die takten natürlich wegen den temperaturen runter und laufen dann nicht auf 4,4 sondern laufen dann ganz normal auf 4 und werden dann wenn sie heißer werden halt eben ticken langsamer das war normal das ist ein schutzfaktor heutzutage geben aber runter zeigt der uns hier an nur die cpu 21 watt wenn wir jetzt wieder zurückgehen seht ihr auch betrieb eine lüfter und so weiter und so weiter und so weiter plus dass die cpu jetzt gerade eben auf knallgas läuft nimmt sie sich halt eben ungefähr 20 watt also 53 watt in summe wenn die cpu mal vollgas machen muss denkt dran immer noch keine festplatten drin aber ganz ehrlich leute das mit den festplatten will ich jetzt mal ändern und ich lasse extra mal das fenster für euch auf dass der wirklich auch sagt okay alles klar also gut er sagt jetzt gerade eindeutig wir haben unser raid zerstört es sind keine platten mehr da und so weiter und da sind natürlich auch wie bilden muss ist irgendwie logisch aber wir sind so ein bisschen hot swap fähig auch das heißt also wenn ich jetzt einfach mal hier bei platte 1 ganz normal in den sockel von platte 1 schiebe dauert das gar nicht so lange bis die platte angeht und der dann auch da sagt ich habe mal wieder eine festplatte gesehen ich schiebe jetzt erstmal hier nach und nach die platten wieder rein ihr guckt einfach mal darauf was da nach und nach passiert denn auch das mittlerweile hat die software mittlerweile gern da guck mal da es kommt nach und nach dass er jetzt nach und nach die festplatten erkennt und sagt alles klar du gibst mir gerade nach und nach meine festplatten wieder ich erkenne dann auch wieder irgendwann das raid selber und sage dann okay kommt du hast du zwar kaputt gemacht zwar nicht ganz denn sondern weil wir können es jetzt ja wie bilden in unserem fall wir haben ja nichts nicht wirklich datenverlust oder sonstwas geschaffen wird er das ganze jetzt gleich wieder ganz normal herstellen und wird dann erstmal wieder sagen scheiße alle festplatten da aber ich fange gleich an das ganze zu reparieren ihr seht schon ah ja jetzt hat er zumindest alle festplatten wieder da jetzt wird es natürlich dauern bis er uns dann irgendwann wieder sagt alles klar kollege kann wieder losgehen da habt das schon status normal ich habe die platten jetzt live gerade reingeschoben er hat erkannt jetzt kommt aber das kleine aber und das muss ich auch echt sagen das ist irgendwie komisch ich konnte es noch nicht nachvollziehen ich müsste dafür echt tief tief reinschauen also wenn wir über die speicherverwaltung gehen sehen wir jetzt auch es würde jetzt dauern in summe 16 stunden ich sage euch jetzt vorher leute verlassen nicht ganz darauf trotzdem wo er eben versucht hat das raid zu bilden hat er mir auch gesagt ihm die 16 stunden der macht das irgendwie der bild muss bildet das über alle sechs platten natürlich weil ich das so ausgewählt habe er macht das ganze irgendwie mit so 60 megabyte die sekunde ihr könnt aber währenddessen natürlich schon benutzen keine frage deswegen verzehrt das jetzt aber auch alles wenn ich jetzt hier schreibt performance tests machen würde auf die platten ich sage ich zumindest eins ist mit einem drittes video wieder geben wo ich das ganze mit performance und so weiter noch mal testen werde deswegen jetzt hier im video möchte ich euch keine offiziellen zahlen melden weil ihr seht selber ich müsste jetzt 17 stunden warten es wird nicht nur repariert sondern es war auch noch gar nicht fertig gebildet in meinem fall hier das ganze raid ich muss das video relativ zügig machen deswegen habe ich keine 16 stunden zeit aufgebracht um das ganze hier zu bilden aber gut läuft eigentlich im hintergrund unser test hier noch und ihr seht dort macht ihr auch ohne probleme und ist auch bei 3,3 gigahertz stehen geblieben wir geben ihm jetzt wieder ein bisschen luft und sagen komm nimmer platz zum atmen auch da wieder ganz kurz angezeigt zumindest software stack zeige ich euch nicht ganz so großartig aber wie ihr seht hier die festplatten werden jedes mal auch das habe ich schon mal in einem der letzten videos gezeigt wird immer 16 gigabyte von abgeknappt in dem fall natürlich gerundet 15,3 für es ruht fs also fürs betriebssystem oder für die informationen die noch mal auf dem nas drauf liegen alles andere hier in dem falle nimmt er sich dann die restlichen stimmen den restlichen speicherplatz für das raid was wir darauf legen und baut daraus ganz normale raids md adms und liegt dann da drauf ganz normale volumes mit einem volume manager wo dann auch ein beta fs drauf läuft und mit beta fs können wir anfangen mit caching und caching können wir ja einbauen coole info was hat sich vielleicht seit letztem mal noch irgendwo getan es hat sich einiges getan zumindest diese ganzen schriftarten haben sie in den in der systemverwaltung dann doch endlich mal angepasst was mich extrem gestört hat und das thema docker hat jetzt hier einzug gefunden also docker ist jetzt da auch dieser zeitpunkt jetzt gerade eben ich beantworte jetzt noch keine frage zu dem thema docker weil da möchte ich mich explizit mit beschäftigen wenn das system denn dann auch irgendwann läuft ich hatte vorab auch nach ein paar fragen von euch noch irgendwo gefragt ich glaube die gängigste frage war nachher kann ich das ganze system nachher dann auch weiter verwenden mit container mit vms also leute von der hardware her kein problem wer nachher plant dieses ding als ein zentrales system zu hause zu verwenden mit mit entsprechender performance plattenplatz und ram und so weiter ja dieses ding ist dafür prädestiniert aktuelles kleines problem ist halt noch die software sie arbeiten dran es kommen regelmäßig updates habe ich jetzt gesehen es verändert sich auch was es ist docker dazu gekommen die sind dabei also wir drücken weiterhin die däumchen dass diese software wirklich rege weiterentwickelt wird ansonsten masterfrage die immer kommt ja leute ihr könnt da drauf proxmox android trunas debien installieren kein problem bei trunas leute trunas core aufpassen ist freebies die freebies die ist immer ein bisschen zickig wenn es darum geht explizite intel 226 oder intel 10g karten halt eben betreiber zu versorgen immer ein bisschen schwierig deswegen nimmt lieber debien based systeme oder was ich weiß nicht worauf android läuft ich glaube es auch debien based spielt auch keine rolle dann funktioniert darauf alles ohne probleme proxmox android trunas game go für leute kein problem warum sage ich kein problem weil hier drauf kein hexenwerk läuft ihr seht es ja selber hier drauf läuft ein stinknormales ich zeige es euch hat rock wo haben wir es md adm md adm nicht md adm md stat läuft ein ganz normales rate drauf auch das was wie das ihr irgendwo konfigurieren würde also leute das ding ist quell offen auch jetzt unter lspc könnt ihr ja sehen dass die sata controller da sind alles ist mit der entsprechende performance angebunden also pci express 3 mindestens mit einer zweier breite ist glaube ich mindestens zumindest hier die 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 hdds angebunden das heißt immer noch hardware technische leute wenn ihren 6 bei braucht und halt eben wirklich doch die 699 dollar oder so was ich habe den fernseher hat da hinten nicht auf dem preis drauf stehen ja dann ehrlich das ist hardware technisch ist das sein geld wert top wirklich also ich kann dazu nichts anderes sagen außer top 6 bei zweimal nvmi ssd fähig zweimal 10g intel i5 zu 12 35 u alles absolut zeitgemäß strom technisch strom leute 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 eine sache sechs platten drin ihr wollt es noch sehen sechs platten drin gucken wir schnell drauf und die platten müssen gerade was machen 53 55 watt habe ich immer 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 so gesehen und die platten sind an hibernate modus habe ich auch schon mal in einem der letzten videos gesehen ist existent ist da aktuell fährt er bei mir aber die platten nicht runter aber auch da leute ist ein software ding das wird mit sicherheit in zukunft kommen denn wenn die platten ganz normal in den ruhemodus versetzt werden und dann könnt ihr euch aufschreiben 6 bei so wie es ist 25 watt aber nun gut so wenn jetzt noch irgendwelche fragen sind zum 6 bei ab in die kommentare damit ich werde mich natürlich im nächsten video mit der kiste da beschäftigen ich habe den ganzen spaß noch mal mit dem 8 bei ich bin da gespannt wie das die 8 lösung ist ob dann doch vielleicht die sata platten mal über zwei ports gesteckt werden ich weiß nicht ich habe die kiste bereits nur dahingestellt sonst nix wenn euch ein video gefallen hat würde mich freuen wenn ihr ein abo da lassen kostenfreies aber natürlich unten daumen hoch würde mich auch sehr freuen wir sehen uns im nächsten video haut rein ciao